Hallo. Hallo, hallo, hallo. Okay. So, audio video clear? Please, confirm. Okay, audio video clear? Please, confirm. Okay. Okay. Good morning everyone. So, if there is someone on Instagram, my name is C.A. Darshan Kheri, you will find me. Hi Dipali, Hi Ashish, Hi Mukta, Tushar. So, a question will come in front of me. If there is someone who is doing it, then in the comments, he will send me a message, he will send me a photo. So, I will read those questions, I will also be able to answer the question. I will also forget, I will also forget, I will also forget, Who has done the message? Question? Let me check. Law ke total number of books, aap ke baas aayenge, 1, 2, 3, 3 book to fix a law, that is company law module, other law module, or us ka questionnaire. Yeh 3 books, aap ke baas aaneh chahiye. Good morning. Question? Who has done me? Message Insta, question kya hai? Koi reply bhi nahi dhera, jindagi me, iisa koon karta hai life me? Question kahaan se, ndundu me irko, kya wapas video dekhna padega? Okay. Thank you so much Radhika bata. Got it. Thank you so much Radhika. Shalom. So, Good morning everyone. This is Dashan Khre, reporting live from Pune. Jis na mein ko insta pe sawaal beja hai, that is Radhika single, I guess ko kaya naam hai. Okay. Radhika single, thank you so much bata. So, start karte hai, concentrate karna haa, acha tari ka se. Subse pahle mein, yehaa pe, Salman limited wala, haa, Shamshan limited wala hi. Okay. So, subse pahle mein, yehaa pe question pardhata ho, uske baad mein, aaj ham uska question ka answer dekhenge, phir uske baad mein, hum revision wogara dekhenge. Okay. So, question yeh tha, Shamshan limited is a company, having two main members, that is, and other are minority members. Uske an dar joo, do main member hai, ek hai Mr. Bhut, aur ek hai Mr. Murda, and aaysa situation mein, us mein se Mr. Bhut is a creditor, and Mr. Murda is a employee of the company. Berabare sab jana ko? Haa na. Mr. Bhut is also a debt holder of the company to the amount of rupees, minne kitna karoda bola tha, 10 karoda I guess minne bola tha, for Mr. Murda, having a compensation agreement for the employment to the tune of rupees 3 karoda. 10 karoda ka debt hai Mr. Bhut ka, 3 karoda ka compensation agreement hai Mr. Murda ka, for permanent damage. Company have two more creators, that is Mrs. Diane and Mrs. Chudel, to the tune of 8 karoors and 15 karoors. Chalo koji baat nahi. Mr. Murda met with an accident, and as he is a key employee, company went into liquidation and realized the asset to the tune of 15 karoors. Chalo, bhoat bada ya. Mr. Rakshas, a qualified liquidator is appointed, and you will tell the calculation that you will tell which liquidation to the money they distribute. Now, the first thing, this question is how to write this question how to write this question, I will start to write this question. Answer to you, come on. First, I will write facts so that I will write questions so that I will write questions Normally, when you read questions, you will read questions, then you will read questions on the paper, on the side of the fact you will write facts, so you will find it and you will find it so you will find it so you will find it in your own way. So, first of all, I will write the fact that the company's name is Shamshan Limited, which is two key members Mr. Booth, Mr. Murda, if you have questions you will write this question in the paper so you will write all the questions and you will write all the questions Mr. Booth is a debt holder, whose debt is 10 crores Mr. Murda is an employee of the company whose compensation agreement is 3 crores clear again sir? In addition to this, the company has Ms. Diane as a debt holder whose debt, if I am not wrong 8 crores and Ms. Chudel whose debt is 15 crores right? I will write 8 crores and 15 crores 8 crores and 15 crores very big Mr. Murda if Mr. Murda permanently damaged and the company liquidation then what will happen? Hold, 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 hold. Okay. So, what will happen? This question is the question okay? Now, you already know what will happen? Okay. So, you already know that this question is the answer which way to write is the same as you were the same same to shame your children provision which was where was your provision was in the case of we had last question solved that is Ash Limited Ash Limited was the same provision so you have to keep tension so you can copy paste in the case of if you have a creative thing then you will that you will confirm that you will that you should do it or not so you will this thing you will remember now I will draft that is explanation explanation in the underline colon colon and some children have sent me the normal common mistakes I will explain in the given case the liquidation calculation as follows follows and I suggested that if you can write it then liquidation calculation is good good I understand I can tell you assets how real is not so just tell me assets how realize then column amount assets realize to the tune of 15 crores miss chudel date 15 crores miss chudel date 15 crores thank you so much everybody miss chudel date 15 crores yes or no yes so here I have amount column make chudel 15 crores confirm yes or no okay so here amount and here particular so how I will go for liquidation process so first thing what I will do I will write assets realized assets realized i will mark point number a normally calculation table thank you so much guys so point number a point number a point point b ready let's go assets realized i have already written 15 crores okay point number b now we have debt holders so debt holders in this case in this case in this case first of all point a i will do that is Mr. Nbhooth who is also member of company who is also member but separate legal entity in this case we can consider it as a separate debt holder as a separate debt holder we can consider it in this case Solomon vs. Solomon and company refer so can be considered as creditor as creditor i will call on go sophisticated can be considered as creditor Mr. Bhooth is debt that is 10 crores Mr. Bhooth is 10 crores clear again sir point number b is point b is miss dian miss dian miss dian if you see debt is 8 crores miss miss did jis debt 15 crores 15 crores clear it is not total debt i will put this what mean you when you 33 crores hier haben wir total date haben 33 CR hier haben wir total date consider und dann dann Point C hat auch eine andere Debt oder Compensation because Mr. Murda war und Mr. Murda ist Ich habe hier eine eigene Arbeit, dann muss ich das Geld oder Kompensations. Hier habe ich das Geld oder Kompensations. Das Geld oder Kompensations ist das Geld oder Kompensations. Und das Geld oder Kompensations ist das 3 Krores. Wenn wir Mr. Morda Kompensations haben, dann muss es Geld vergeben. Das Geld vergeben wird, weil es die Krores ist. Und dann diese 3 Krores zu kommen, ich habe die Krores zu transfer. Das ist 3, Kroor. Ab mehen hierher per eitig herrige carry forward keren und licken total debt so total asset distribution total asset distribution 2 so point number A Mr. Bhuth koh total asset distribution kitna hoega to mehen hierher per calculation bhi dhenne ki koishis keroen that is 15 Kroor multiplied by 10 crores divided by total amount of debt to 33 plus 3 36 crore total debt clear again Mr. Bhut Ms. Dian that is Ms. Dian 8 crore multiplied by sorry 15 crore total assets multiplied by 8 crore divided by 36 crore point number C Ms. Chudel Mrs. Chudel 15 multiplied by 15 divided by 36 and the last time you will come Dian and who is Mr. Murda because Mr. Murda also debt holder is now compensation so it is 15 crore assets multiplied by 3 crore divided by 36 crore then you can tell me what are the comments in the comments and the right calculate the those in the life and the right don't give me no write the name how much how much Dian how much how much how much how much this calculation Zieht, wir haben B und C und Total gemacht. Calculation, ich mache oder nicht mache, ich mache ich meine meine, ich mache. Ich habe meine meine, ich mache, ich mache ich nicht hierher, ich mache es nicht, ich mache ich hierher. Ich habe meine, ich habe die Comments oder ich habe. Okay. So, ich habe mich nur noch einmal gefragt. Herr Herr Beuth kommt, Frau Dian, Frau Frau, Frau Frau, Frau Frau, Frau Frau, Morda ka kitana? Ja, hier Calculation mei koji karne padehenge, Calculator please lehenei mat lagau. Mr. Bhut ka bol rhe hai 4.16, Dayan ka 3.33, Chudail ka 6.25 bol rhe hai, and Morda ka 1.25, koji or isko confirm kije, chalo, bhoat badeh ya, shanndar. So, Bhut ka aara hai 4.16 crores, Dayan ka aara hai 3.33 crores, Chudail ka aara hai 6.25 crores, Morda aara ka 1.25 crores, obviously, total asset speed up ke 15 crores ke hi aayenge, concept saamaj mei aara hai, is hisaab se aapko liquidation karna padega, iske niche, aapko note ndalna padega, ager aap note ndalna chaathe ho, to iske niche aap eise star mark karke, ya aap eise hashtag karke bhi note ndal saaktet ho, jayse mei yaa pere star mark or hashtag kar raha ho, eek hashtag mei ne maara hai, or eek star mark mei ne maara hai, to mei iske niche, yaa mera table finish ho gaya, iske niche mei hashtag ka meaning likhun ga, ya aap exam mei bhi kar saktet ho, that is Mr. Bhut, even though, member of company, he is also debt holder, invalid terms, kyunki in dono ke baare mei dikka tha na, separate legal entity in dono ka hi dikka tha, aur dousra mei ne jose star mark kiya hai, upar uska mei meaning likhun, Mr. Murda, even member of company, even though member of company, he is also an employee, an employee eligible, for compensation, full stop, he is a mani likhka rukh diya, abh niche, aap yahaan se answer carry kar saktet ho, case laws, case laws ke underline, kolen, vohi doh case laws code karne hai, single line decision ke under, aap ko code karne hai, und dann in die Antwort, die Antwort zu den Punkt haben, das ist, Mr. Rakshas is advised to distribute the assets in above-sense, in above-sense, weil wir die Antworten zur Antworten haben, dann, Mr. Rakshas can distribute the assets as given in the calculation above in the terms of explanation, clear concept, he is advised to consider Mr. Bhut as a valid debt holder and Mr. Murda as a valid employee of the company for the purpose of compensation, this should be your answer, tell me how to answer and write this too, I guess explanation if someone has presented such an explanation, please tell me if someone has presented such an explanation and if not, then there is a mistake or not, and if there is a mistake, also accept it, in the comments, accept it, so I understand that you are reading the right way and the realization is where the mistake of the mistake. Now, see, I changed the explanation this time, I made the explanation in the whole bracket, I wrote Q double-double, before I write the theory, then I wrote the calculation, then I made a table, I made my calculation easy, and in that I gave two reasoning, then the case law, the answer is the same. The length of my answer will also be good and the valuer will be easy to see it. So, I need to tell you how it looked, so, you will get to understand it. If you have done it right, then it is a very big, beautiful, beautiful, beautiful thing. If you have written such an answer, then it is very big, and you have to get all the marks on it. Clear answer? So, if you have any explanation, if you have any questions, if you have any questions, then you can read it. Go for it first. Ha ha ha. Ha 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 ha. Koji dhikkat nii. Agir aapki galti, aapko sumash me arheen hai hai, bata, I am very happy. Koji dhikkat ninii. Inhich chizho se haumko sikkhna hai. Presentation, as you normally, jahampe bhi calculation ayhe. Take my tip, isko aap liikta Das ist einfach, aber ich mache meine Tipp. Wobei man die Lack-A-Peper, machen Sie zwei columns und machen Sie einen einen anderen halt. Es ist einfach für die Valuer und sich selbst auch für einen anderen Verhalten. In diesem Calculation gibt es nicht einfach einen Verhalten. Ihr habt einen Verhalten, ihr habt es geschrieben. Happy Lory! Happy Lory! Lory! Ihr habt eine neue Jahrhunderte sehr gut. Und das Jahr, die alle результатen der Zahl des positiven Das ist mir mein Dua. Wijay sahr ko contact, unke query number ke uppar, 20 smart ke website ke uppar diya hai Durga bita. Uttarayan to puray desh mein dipech bita. Uttarayan, Uttarayan is considered as very auspicious and graceful period. Jis me sun ugtapurab se hi hai, पर वो थोड़ा north direction के तरफ tilted रहता है. आप कभी देखना, कि January से June में, sun ये उगेगा पूरब सी, हमेशा पूरब सी उगता है, ये नॉर्थ डिरेक्टरशन में तिल्टेट रहता है. दक्षिन आयन में, ये south direction में tilted रहता है, after July. कोई दिक्कत ने बटा, अनिश्का हमें समझ में आया, ये ही बहुत अच्छा है, आप explanation लिख लेजिए. नहीं बटा, कल ही holiday हो गया, दीपेश अब नहीं होगा. अब समझ में आया, कैसे करना है? इस explanation को देवेश answer के point में मत लिखना, क्योंकि answer उन्हें पूछा है, what is suggested. तो आप ये suggest करना, कि उपर की method follow करके आप लिख सकते हो, लेकिन इसको explanation में ही present करना जरूरी है, it is rather proper. dictate कैसे करूँ मुझे एक बात बता, तो explanation dictate कैसे करूँ जिन्दगी में? ये पूरा calculation वाला table है, आपको देखके ही लिखना पड़ेगा. मैंने simple explanation में क्या किया है? मैंने asset लिख दिये, मैंने debt holders को जमा कर दिया, मैंने compensation को जमा कर दिया, इन दोनों को मिलके मैंने proportionately 15 करोड के asset सब के बीच में distribute कर दिये, बस मैंने इतना ही किया है, कोई rocket science नहीं किया है, एकदम simple चीज़ किये मैंने. Result आना चाहिए, February 1st week में, ऐसा मुझे लगता है. Institute तो पहरे अभी exam की तियारी कर रही होगी न? खतम होते आते सी institute result declare करेगे. दो दिन में दो question लिग दिये, दोनों में बाट लगगी का जबकी? इसे लिए writing practice ज़रूरी होता है, समझ में आया, पूरा CA इंटर बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ तो अच्छे से लेते हैं, कुर्स खतम करने को कोई समय नहीं लगता, हम CA इंटर पूरा एक दिन में भी खतम कर सकते हैं, revise करने के हिसाब से, और पूरा CA इंटर के लिए आप जितने lectures दो उतने कम हैं, पर इसमें से balance amount of lectures में यहाँ पर प्रोवाइड करने कोशिश कर हो, जिसमें writing practice भी हो जाए और जिसमें आपका अच्छे से working भी हो जाए, और पढ़ना भी हो जाए, अल्रेडी तुशार मैंने dictate कर दिया है थोड़े दर पहले, rewind करके देखिए, Thank you so much siya वेटा, हाँ same format आप जो answer writing का वो same आप use कर सकते हो, other subjects में भी अगर आपको सही लगता है तो सिर्फ उन teachers से consult करके पूछना एक बाद, बख है और कुछ नहीं, चल लिख लिए है सबने, I hope so कि सबने इसको properly लिखा होगा और समझ में भी आया होगा, कि exactly करना क्या है, I hope so कि आपको idea clear होगी, कि हमें करना क्या है, अब आगे बड़े बच्चो, Are you ready? Are you ready? Book shipment शुरू हो चुका है बटा दिपेश, अगर आपने order प्लेस किया है तो आपको मिल जाएगा, अभी फिलाल questionnaire अबडेशन के होज़े से pending था, पर जब तक आपका live stream शुरू हो जाएगा, अभी और चार-पास lectures तो आपको books की जरूवत है ने, जैसे live stream शुरू हो जाएगा, उस दिन तक क्या आपके हात में books आ जाएगे, don't worry, tension लिने की जरूवत नहीं है, अभी आप देखिए, कम करना पड़ेगा, because sections के रिविजन आज से या कल से बढ़ जाएगे, तो एक बार chapters को हम start कर देते हैं कि concentrate करना, बड़े अच्छ से बोड के ओपर ध्यांगना, chapters के अंदर, सबसे पहली बात, आज तोड़ा line से लेते हैं, सबसे पहला chapter है preliminary, तहां से कान तक है section 1 से लेके section no. 2, दूसरा है formation & incorporation, that is section no. 3 से लेके 22, उसके बाद में तीसरा है prospectus & allotment of shares, section no. 23 से लेके 42, उसके बाद में share capital & debentures, section no. 43 से लेके section 72, उसके बाद में deposits, section 73 से लेके 76, उसके बाद में charges on asset, Section 77 Se leke 87 Uuske baad me Management and Administration 88 se leke 122 Uuske baad me Dividend 123 se leke 127 Uuske baad me Accounts 128 se leke 138 Aur afir Audit 139 se leke 148 Itne chapter's Hame yaad rakhna chdiye Conconse section humare ho chuk hai Two subsection 20 company ka Previous company loka 267 Or company ka definition Sorry For fraud ka section 447 for fraud Or characteristics of company waala Section number 9 Ab aaj ke lecture mein Toh aapke characteristics of company Nearly khatam ho jayenge Kal ke lecture se Aur iske anndar Bohut saare section baadhe Gae Toh aapko uske liye Acha si yaad rakhna hai Jitte bhi loogon ni Iske anndar comment kiya hai Kya ka sections hai Thank you so much guys Chalo Shurru karata hai Concentrate karra na Acha dhikai se Boor ke opere dhyaan deana Double triple Toh mujha semaj me aayega Ki exactly Hame kis tarikai se Aage bahtna hai Ready Let's go Hameh teen characteristics Of company complete Kar diye hai Sab se pahla Incorporated association Ek baar actions karlo Incorporated association Artificial judicial person Separate legal entity Perpetual succession Limited liability Common see Transfer of shares Separation of ownership From management And separate property Tien ho chuk hai Incorporate association Artificial judicial person Separate legal entity Aage sa mh jah rahe hai Next wale Cheez ke upar Jho hai Perpetual succession What is Perpetual succession Perpetual succession Ka matlab hoota hai Company Yugo yugo Tak Company Janmo janmo Tak Chaliti Jaigi Yugo yugo Tak Janmo janmo Tak Chaliti Jaigi Jaigi Perpetual succession Minishter badalte rehenge Sipani ke se members Members Aate jate rehenge Directors Aate jate rehenge Employees Aate jate rehenge Par ye company Ye company Chalni chai Ye company Ka wajood Hoona chai To what is Perpetual succession It is a infinite road Jho kabhi khatam nahi hone wala Member Owners Promoters Board of Directors Stakeholder Any May come and go But the company Will remain Till eternity The company Does not have Life equal to Its promoters Or member Even after the Death of all Company can run For the ages The company Will only cease To exist When it is Dissolved Ab example Lelo Jamshit ji Tata Ne Tata Samsh Bana Jamshit ji Tata Ghe Uskaya Dhratna Val Tata Ghe Jai Rd Tata Ghe Nahi Ratan Tata Bhi Hai But His dadas Iskaya Ghe His Rd Tata Tata Jai Rd Ghe Tata Ghe Dhratna Ghe Rd Tata Ghe It Tata Tata Ghe Tata Ghe Tata Ghe Tata Ghe So Aber Sie wissen vielleicht, dass jetzt in Infosys Naraayen Murthy die Chairman nicht ist. Als Naraayen Murthy hat Infosys resigniert, Infosys share in 20-30% war. Sie wissen, dass Naraayen Murthy die Firma wieder wieder resigniert hat, auf 1 Rupen der Salary. Aber sie hat wieder gesagt, dass Vishal Sikkha Infosys der Chairman ist. Apple ist ein Beispiel von Steve Jobs. Sie sind nicht in Apple. Tim Cook ist aber Apple. Sie haben alle gesagt, das ist alles klar. Sie müssen uns verstehen, dass die Mitglieder kommen und die Direktor kommen kommen. Wir werden nicht mehr als ein Einwohner. Aber die Firma wird auf die Zeit gelassen. Die Firma hat keine Zeit. Die Firma ist kein Artificialer Person. Das ist die Firma. Wie wir schauen. In der nächsten Beispiel wird es sehr gut. Die LIMITED LIABILITY. Perpetual Succession wird gut. Das ist ein sehr gut. Das ist auch eine LIMITED LIABILITY. Das bedeutet, dass ich etwas erklären kann, wenn ich auf die Frage ein paar Berichte vermitteln kann. Let's take an example. Ich habe einen Beispiel in den Kommentaren, zwei, drei Leute in den Kommentaren. Let's take an example, dass Pankaj, Nitin, Mukta & Anuja In 4 haben wir eine Firma, der Name ist PNMA, Panama Limited. Jetzt in diese Firma, Pankaj, Nitin, Mukta & Anuja Hier sind 4 Leute. Hier sind 4 Leute. Hier sind viele Filme. Hier sind 3 Leute. Hier sind 3 Leute. Hier waren die Leute. Hier sind alles gut. Hier sind alles gut. Hier sind 4 Leute. Hier sind 4 Leute. Panama Limited. In Panama Limited. Hier haben sie die Frage, wie wir die Liability machen? Wie wir machen? Hier haben wir eine Sache. Hier sind 2 Types of Liabilities. Ich habe diese Frage auf OneNote. Ich habe diese Frage. Hier ist sehr rigid und sehr stringent. Ich habe diese Frage. Ich habe diese Frage. Ich habe diese Frage. Are you ready? Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Pen Drive und Online Class. Das ist eine. Das ist eine. Das ist die Pen Drive. Wie gesagt. Das ist eine. Wie gesagt. Das ist die Frage. Die Frage. Die Frage war für diese Frage. Wo haben sie? So, Panama Limited. Wenn ich sage. Wenn ich sage. Das ist eine Frage. 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 Wir machen es eine Frage. Ich bin sehr sorry, ich habe einen anderen Beispiel. Hi everybody, hi Josh, ready? Let's go. In der Example, ZNMD, Jindagi milegi na dobera, Jindagi jhand na hoge dobera. ZNMD Limited. ZNMD, wenn Sie das Wort verwendet haben, dann ist es die Liability Limited. Wenn Sie das Wort verwendet haben, dann ist es die Liability Unlimited. Ich kann es in eine simple example, hierherum ich will, dass die Liability und die Unterschiede ist. ZNMD, ZNMD, ich kentiere, in den ersten zwei Kapazieren. Und die zwei Kapazieren, Limited. Und ein Kapazieren, Unlimited. Ich kann sie in 해�arschen. Sie ist sehr großartig, Sie sind in das Unk ER. Ich werde ... warte blt rippel derne pade da mit pahle warrennen dera hohe is karikram kis subhi ghatna visklede k curl Kaprikshetra kachen bhaar ha ager aapne dhyaan nahi dhiya, to foundation me joh he koncept aapko samaj me aana chahye tha, Usse inter pe bhi aapko samaj me aane min dhikkat jahegi ager aapne dhahan ni dhya to mundiwood net nitchat ko straight beto. Sab chijay chho'do baabūšo na pikacho chho'do x aur y ko chho'do aga bhi abhi break up huya to iska duk chho'do daru pini ki chha o uriye break up, nuhi daru nii pini abhi und man geht es immer wieder ein paar Jahre. Aber ich kann das alles nicht machen. Das ist kein Problem. Es gibt nichts, ich kann das alles nicht mehr. Ich kriege die Limited Liability lang. Ich kann die beiden Parts dazu weiter. 1 Limited by Shares und Limited by Guarantee und Unlimited Liability. Das ist die Unlimited, das ist die Total Unlimited Liability, das ist die Unlimited, das ist die Total Unlimited Liability. Wir haben die Unlimited-Liability, das ist die Unlimited-Liability, Which Shares und Without Shares. Wir werden die Unlimited-Liability in 4 verschiedene columns. Für Ihre Versteine der Versteine die Unlimited-Liability, das ist der Grund für Ihr Konzept sehr wichtig. Wenn Sie ein Konzept über die Foundation haben, dass Sie mal sehen? Kinder, ich Sie mal wissen, Sie haben diese Foundation-Karten gemacht. Was Sie in der Foundation-Karten? Yes oder No? ja 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 Wenn ich sage, dass in ZNMD Limited 4 oder 3 Mitglied sind, wie Ritik Ritik weiß nicht, Ritik? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme Ich gehe, ich mache drauf, ich gehe drauf, ich werde drauf, ich gehe drauf, ich gehe drauf dass ich dieses Ding, ein Teil, eine Frage von ZNMD, eine Frage. Aus dem Punkt 9. Wie sind diese 3 Mitglied sind? Those 3 Mitglied sind, die ZNMD liegen stellen, die ich hier 3 Mitglied sind, ZNMD, man nimmt, keine Nachteilung, nur an der Konzept. So Ritik, Ritik ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. So, wenn wir sagen, dass wenn Z&MD Limited ist ein Company Limited by Shares und diese Leute, wenn sie ein Capital Contributions machen wollen oder ein Liability machen wollen, dann in ein Company Limited by Shares, dann in ein Company Limited by Shares, die will subscribe the shares, they will buy shares, they will buy shares of Company to the tune of Rs. 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 So, a few bullies under who I will be in ApaVertTY, this iso these shares, they will buy shares. Und jetzt haben wir die Voting Power auf die Prozent der Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting. Und jetzt haben wir die Voting-Voting-Voting-Voting. Und jetzt haben wir die Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting-Voting. Und in diesem Fall, ich will, dass wenn es ein 100% eine Verlust ist, dann kann man die Voting Rights auch so sein. Das ist wie bei den Kappen mit 50%, 25% und 15%. Das ist auch die Voting Power. Was ich sagen, über die Konzept, was ich bin? Gehen, über die Zubröse, ich will. So wird die Voting Power gleich so sein. Okay? Wenn sie eine Payment wird, ist die Frage, ich werde euch erzählen. Ich werde euch in die Guarantee Company. Wenn sie eine Payment wird, ist die Frage, ich werde euch erzählen. was happens mein throda sa upar elike concept licht kre rachta ho share capital company ka agar mein timeline draw share capital company ka agar mein timeline draw ka ruk timeline ki hiera mera incorporation ho raha hai toh mein share capital company me aaj payse lagata ho to share capital companies aaj lagao ga aaj lagao ga wenn ich heute Geld habe, jetzt bin ich in derского value ke share ke hesaab se Ritik 10 rupees ke face value me, ho sakta hai 10,000 share le, 10,000 share ager woh 10 rupay ke face value ke leeta hai, toh isko 1,00,00 rupay dene hai, 1,00 rupay dene hai, par compelt sari nahi hai, ki woh 1,00 rupay haji deega, ho sakta hai, ki is mein se first call, ya subscription money ho sakta hai, first call ya subscription money, 10 rupay mein se, ho sakta hai, ki aap 5 rupay abhi maang lo, 5 rupay abhi maang lo, toh Ritik ne 1,00,00 rupay 50,000 rupay abhi dee diya, phir uske baad mein kabhi first call kiya jayega, usmei aap 2 rupay per share maang lo, rupees 2 of face value aap maang lo, toh ho sakta hai, usmei Ritik 20,000 rupay dee dee, uske baad mein tisra call aap maang lo, second call aap maang lo, toh uske anndar ho sakta hai, apne 1 rupay maangga, toh Ritik nai 10,000 rupay yaaha pe dee diya, or sabse akhri, jab company ka winding up hua company ka winding up hua, or company ki liability more than company ke assets thi, company ki liability assets se zyadha thi, ya Ritik ko kita hai na tha, ek laag, ek laag min se 50 dhe diya, 20 dhe diya, 10 dhe diya, 50 dhe diya, 20 dhe diya, 10 dhe diya, Ritik ka bhol rao sirv Ritik ka, kiunki Ritik ka, yaaha pe subscription kitna hai, ek laag rupay, toh 50 dee diya, 20 dee diya, 10 dee diya, matlab ashi de diya, ab liability more than asset hai, toh liability pay karna baqii hai, Ritik nai commit kiya tha, 1,00, rupay deega, usmei se ashi diya, toh yaha pe ab Ritik kitna hazaar deega, 20k thousand deega, bhali liability assets se kitnye mehr. Leiberty Asset. Jetzt werde ich zwei Parts hierher machen. Ich werde das in zwei Parts. Let's stick. Let's stick. Das heißt, nur nachher zu verstehen. Nachher zu verstehen. Und nachher zu verstehen. Und nachher zu sterben. Die C-A-Finalen von den Toppen, die die Charges on Asset und die Deposits von den Toppen. Das ist klar? Ich sage, dass das Leiberty Asset mehr ist. Ich sage, dass das Leiberty Asset mehr ist. Das sage ich hierher. Ich sage hierher. doch, ich mache kleinere Figuren. Auch für das Leiberty. Das ist das Leiberty. Das ist der 1,00,000. Und diese nelle Asset. Und diese Flanner. Die andere Erhalungen, nur 92,000. 92,000. Die Last Leiberty Asset. Wie ist das Leiberty Asset? Das ist der 1,00,000. Die andere Erhalungen, Das ist das Leiberty Asset. Die andere Erhalungen ist der 1,00,000. dass wir in den anderen Beispielen reduzieren können. Let's take an example. 70K Assets haben wir. Wir haben wie viele Shortage haben? Das ist 30K. Jetzt, Hrithik. 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 Ritik ko 20,000 dainnä hai, per liability ist ni hai hain und dann hierhin nur 8k. Ritik ko contribution, last contribution. Ritik's last contribution is 8k only. Bata khatam. Ritik hierhin 20k dainnä ki zarurat 12k dainnä ki zarurat non nahin. No need to give 12k. Ritik ko ko 12,000 dainnä ki zhorarat. Nii Ritik ko kaa kama ho gya. Leikin, in 2 case case me, case no. 2 me, hierhin liability 30k 20k 30k 70k 30k 30k 10,000 10,000 30,000 hier 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 20k 20k eine 10,000 so 10,000 10k 2 closure 3 dann so 3 λ 16 Liability, wenn ich mich fragen, was ist ein Limited Liability? Ich habe hier ein Green Colour geschrieben. Das ist, Amount of Liability und Amount of Subscription. Whichever is Less, Whichever is Lower, das ist das Ende. Aber wenn dein Amount fix ist, wenn dein Amount Price ist, dann hast du 10000000. oder so mit dem Fiuk, 10,000,000. Das ist es die 1,000,000 Euro zurückkei. ulfur. Das ist die 1,000,000 Euro. Hier haben wir 30,000 Euro zu bekommen. Rethi Kubh B.C.P.A.R. Pahalí báat tu mójhe batao, yhe samaj mei aya kya, yhe limited library share capital wala concept samaj mei aya kya, fadha fad mujhe bataayye comments ke andher, kya yhe limited library share capital wala concept samaj mei aya, fadha fad bataayye, everybody, please. Chalo, bhoat badeya, sabko ogar samaj mei aya raha toho, I am very happy, very happy, chalo, bhoat shes, kisi ko nahi samaj mei aya, toh eek baar mein wapas se bol dhu, wapas se eek baar bol dhu, Ritik nne promise kitna kiya tha, 10,000 share, 10 rupay face value wale, mtlap 1,00,000 commit kiya tha, usne subscription me 50,000 dhiye, first call pe 20,000 dhiye, second call pe 10 dhiye, total Ritik nne kitnay dhiye, 80,000, fir bhi Ritik ko kitnay dhane hai, 20,000, company liquidate ho gai, company wind up ho gai, liability asset se zahad aai, صرف 8,000 se, toh Ritik poore 20 dhega kya, nai, Ritik sirf kitnay dhega 8, kyunki liability hai hi nii, lakin liability asset se aad aai 30,000 se, toh Ritik poore 30,000 dhega kya, nai, usne commit kitna kiya tha, 20, toh sirf kitna dhega, 20, 1,00,000 commit kiya tha, 80,000 dhiye, 20 dhega, clear concept, I hope so, sab ko hiya aachya samosh meh aaya hoga, ab meh aapko bataata ho, what is a guarantee company, ye toh share capital wala ho gaya, let's have it here, what is a guarantee company, agar hamnè company incorporate kar dhi, toh guarantee company ka matlab, aaj lagaunga naihi hai, guarantee company ka matlab hai, mahi ki incorporation pe bhol raha ho, kal lagaunga, kal lagaunga, woh bhi kal tab lagaunga, agar liabilities aadha hai toh, kal lagaunga, jaisa Ritik yaha pae aya, Ritik nai, maya lao jalo, maya lao, toh Ritik nai, yaa pae, maya lao, lindig nai yaha pae promise kiya, rupiz 1 lakh ka, maya lao jadao, maya lao, 1 lakh ka promise kiya hai, Litik nai, ye sirf promise hai, yaha pae koi fund aya ka, rupiz me liquidity aya ka, nai yaa, normally software company, agar haoti hai na, jin company mein capital agar ha, naihi lagta, jau start up companies, ho tii hai, jis mein capital nai lagta, virtually sab chalta hai, bhaiya, ek website bana lo, baat khatam ho gai, website bhi company banan hai, pehle hi bana late, jatay capital lagta hi nai hai, aeis companies mein, ye wala situation create ho ta hai, so one, lakh ka, Ritik nai promise kiya hai, Ritik ko, throughout the life of company, kuch naihi dhe na hai, throughout the life of company, joh hai na, pura, no need to pay anything, ye company, normally loan pe chalta hai, no need to pay anything, to company of special, nahan se aayega, normally in cases mein, jais se, aap koji start up, dekhi lo, start up karate ho, fund managers aate hai, funding angel investors aate hai, virtual investors aate hai, venture investors aate hai, woha aapke concept ko dhek ke, aapke anadar invest karate hai, aapne shayar eak app dhekha ho ga, Pectro, Pectro, ye India ka, sabse bada app hai, joh doctors ke baare me, aapko bolta hai, us app ke upar jaake, aapke city ke, aap doctors dhek saktet ho, sabhi, un doctor ke rating dhe saktet ho, or unke appointment bhi book kar saktet ho, Pectro ke upar jaake, ki bhaiya is din, peer slot available hai, to aap uske upar appointment book karo ghe, doctor ko notify kar diya jayega, us date of appointment pe, aap jaa saktet ho, to ae Pectro ke upar ke upar, ye start up hai, uske up mein OYO rooms, OYO to pata hi ho ga, oyo, 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 aai like of sunro jindagi ke under, nikam mein loogo, OYO my discount isnse ya've узhe, anyways a ge, 14 februari ari hai koi dikkat ni hai, Ikta chanceéléichi je参 verbs nahi hai, aahi raih 14 februari. Matlab implab bu just time au ludha, api khía, nou comments. let's go. Thak hai? So peisa bhoat e logoke pas, peise ga temption ni hai, annda peisa y Дbaige legoke pas, mahne loyo, ithna peisa hai par ai, ja, So Hittik hat gesagt, es ist eine Startup Concept, okay? Petro start-up concept ist. Was das für die entsprechende Archaeist in diesem System? Für die Applikation kann jemand sein. Auf der White Hat Junior kann ein Applikation sein. Auf der White Hat Junior kann man auch ein Applikation sein. In der White Hat Junior kann man auch eine Applikation sein. dann kann man die Software Engineer, wie kann man die Job machen? Software Engineer, wie kann man die Software Engineer machen? Wenn man die Software Engineer macht, wie kann man die Job machen? Anyways, so, ich weiß, dass ich das sehr gut machen kann. Ich weiß, dass ich hier ein Start-up habe. Es gibt keine Kosten. Wenn man sich bei einem Coding hat, wenn man einen Applikation hat, dann kann man einen Applikation geben. Dann kann man einen Funding geben. Normalerweise muss man nichts mehr machen. Das ist eine gute Tatsung. your assets is more than your liability if your asset is more than equal to your liability then in a situation in Ritik need not pay anything asset liability is more than your asset so Ritik need not pay anything Ritik will pay anything but if your liability is more than your asset then I will do two parts your liability is more than asset now here I am taking the amount let's take an example seventy thousand seventy case is your liability asset is more than asset let's take an example by one lakh fifty thousand one point five lakhs clear are you all now? Ritik has promised how much? during the period he has paid anything because he said yesterday yesterday I will put a winding up so winding up is coming asset more than liability is but if your liability is more than assets seventy case so tell me every answer is Ritik here will take 1 lakhs or only 70 thousand Ritik here will take 1 lakhs or only 70 thousand Ritik here will take 1 lakhs or only 70 thousand everybody please tell me fast what amount Ritik will invest one lakh or 70 thousand please tell me if you want to know in life one lakhs or 70 thousand so those who have said 70 that are right only 70 thousand no need to pay 30 thousand because liability is not liability is not then 1 lakhs to pay 30 thousand so no need to pay 30 thousand no need to pay 30 thousand no need to pay extra 50 thousand extra 50 thousand concept this is a guarantee company this is a guarantee company why 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 what what I hope that you can understand now same equation you can take 3 3 and you can make total calculation I had one example here now I am going unlimited with share capital Unlimited Liability with Share Capital ein bisschen verletzt ist, dass man ein paar Share-Capital investiert hat, keine Arbeit mehr. Wenn ihr ein Lieb-Bertil hat, wenn ihr alle, wie ein Share-Capital hat? 6,00,000,000? 6,00,000? Aber wenn ihr Liability 50,00,000,000 hat, in der Ende des Jahres, ihr Liability 50,00,000 hat, wenn ihr hier 50,00,000 hat, dann müssen sie die Liability proportionately verhelfen. 1 ist 2 ist 3. In der Proportion-Bertilz kann sie die Liability verhelfen. Das ist ein Liebhund. Hier ist ein Liebhund. Und die actualen Kontribusion ist 6,00,00,000. In der Liebhund, die ist 50,00,000,000. Ich habe etwas mehr als ich. Ich habe etwas Magrifiye, damit ich das. Wenn ich die Liebhundung, von 50,00,00,00. Ich habe das 50,00,00,00. Ich habe das 60,00,00,00. Ihr Liebhund, das ist 60,00,00,00,00. Ihr Liebhund, das ist 60,00,00,00,00. Dann haben wir das, 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 das. Aber in der St Японie, Sie ... ... ... ... ... ... werden wir für den 20,000,000 werden und jetzt werden wir für den 3,000,000 werden. Das wird von der Sieb aus demlast. Das muss man zu einem 여 ailern. Das muss man zu demlast. Das muss man zu demlast. Herr, für das bedeutet das, was das bedeutet? Das bedeutet, das bedeutet eh ma'a, schakti, beden mit meinem besogen wollen. This ist das das eine importante Variante. Das ist meine Macht. Das ist meine Macht. Ein겁ischer Sicht ist das. das kro das er for llevar bas 있기 und der dritten ist war han paar die der die Personal Assets sind, die TV, Fridge, Washing Machine, Sony, Chandy, Chambach, BVK, Gehen, die alles geben, wenn sie nicht mehr haben. Wenn sie 10,000,000 Ritik, dann wird alles geben. Ritik, Suzan, die Gewalt, Ritik, die Ritik, die Ritik, die Ritik, Ritik, die Ritik, die Ritik, die Ritik, 10,000,000 Ritik, die Ritik, Ritik, TV, Fridge, Washing Machine, Sony, Chandy, Chambach, BVK, diese Personnel Assets werden, wenn sie die Hände, wenn sie die Hände, diese müssen Sie die Personal Assets werden. Unlimited Liabilität, Unlimited Liabilität heißt, Unlimited Liabilität, Unlimited Liabilität heißt, Auf Wiedersehen, Unsecured, Unsecured ciator, Government, Employee Dues Und wenn man die Verrücker hat, jeder Kreditor, jeder Geld hat, die sich mit dem Geld zu vermitteln, bis man nicht insolvent ist. Das ist ein Unternehmen, die Unlimited ist. Das ist alles klar? So, sagen wir mal, alle Leute sagen, und da schreiben wir auch in die Kommentare, Unlimited Library bedeutet, dass wir auch in die Kommentare schreiben, die mir die TV, die mir die Fridge. Fridge nicht? Es bleibt trotzdem cool, wenn man verletzt will, die nichts ist, ist auch heil. Okay so meine mosque TV, meine mosque, meine Moschmarie, meine entrepreneures, meine Wohnung, die인ung, meineiona, warte, warte, binne-, kann die diaper nicht sehen, ich bin sehr sorry, die Perforsisch, die kannst du nicht sehen, es ist auch nicht sehen, wenn du so ein malfunctioner werden, dann machst du nicht. So, in meinem Haus, die TV, Fridge, Washing Machine, Sonneke Thalie, Chandi Kachammaj, Bibi Ke Gehenne, Bacche Ke Dieper. Das ist alles in der Sprache. Das ist Unlimited Company. Was ist das Unlimited Company? Unlimited Company. Was ist das Unlimited Company? Was ist das Unlimited Company? Unlimited Company without Share Capital? Das kostet nicht runter. Du hast dir völlig abgebilder? Im Namen einer Unlimited Company? Mindvlogiteter Unlimited Company. Du hast nichts Chamberlap. Du hast gewiss, ihr könntest das. Voting Power will be decided as per agreement. Allen wird nicht, die aus dem Namen von Sagen die aus dem Namen der Karten werden sie auf dem Weg. Die werden nun sein, ist die? Das wird nicht 2 Monate projet. Dann sind die nicht schnäure. Ihr Staat ist nicht schnäure. In der Unternehmen von den Unternehmen und der Kinder Staten. Staten ist anders. Es ist anders. Single, committed, complicated. Okay? Single, committed, complicated. Wir sind normaler Leute. Wir sind C.A. für Kinder. Single, committed, complicated. For normal people. C.A. Student. Facebook sollte man allow. Facebook sollte man eine neue Stelle. C.A., C.A., C.A. Student. Single, committed, complicated. Wir wissen unsere Status nicht wie geht. Wir wissen unsere Status. So, hier ist voting power as per agreement. As per agreement. Hier sollte man jaad rakhna. Clear concept sabko? Rahi baat liability ki? Whatever may be liability. Any liability. Will be paid. Will be paid till last penny. Till last penny. Even if you get insolvent. Koi farak nahi pardata. Clear? Hier hai aapka share capital company. Hier hai aapka guarantee company. Share capital unlimited. Without share capital. Unlimited. Clear concept. Khatam nahi huwa. Khatam nahi huwa. Ah 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 ah. Abh yehaan pere mein likhta hu. Yehaan pere isko throda sa. Or elaborate karhenge. Echsa darikasai. Table bhi toh achsa banna chihye. Abh mein yehaan pere likhta hu. Ki bhiya assets. Ya phir. Yehaan pere mein likhta hu. Let's take an example. Paid up. Paid up capital. Paid up capital. Toh bade echa darikasai dhyaan dhna. Sumjho. Paid up capital ke anndar mein likh raho. Ki joh hiritik hai. Paid up capital. Uusnei pay up capital. Ekaan pere myse dhyaa hai. Sirp paids asas azar. Ya lets take an. Assi hazaar. Choa ki pahlai assi hazaar. Am ne kiya tha, Toh ITK hi lietay hai. Pharahan jo hai. Usnei dh laak. Maidza dhyaa. Diya tha dhda-da. And aphna jo. Abhye devil joh hai. Usnei sumjh wo pae kiya hai. Do laq. Choay ki hiritik hai? Yer paid up capital hai in ka. Sumjh mahiar raha hai? So. Ich habe hier gesagt, Payup. So Unpaid Capital, wie viel? Das ist, Ritik hat nur 80k gelegt. 80, ich habe mich über 80k gelegt. 80k, dann 20k Ritik hat Unpaid. Farhan hat 50k Unpaid. Und es ist 1,00,000 Unpaid. Konzept, das ist ja Unpaid Capital. Hier kann man in den Unternehmen Payup an amounten? Nein, nein, nein. Und der BVs-Kalbler, Tv Fridge Washing Machine, Soni Kali, Sandika Chamach und BV-Kalbler. Und der BV-Kalbler. Und der BV-Kalbler. Dann sind die BV-Kalbler. Und der BV-Kalbler. Dann sind die BV-Kalbler. Und der BV-Kalbler. So Unpaid. zweit unfaidu kapitel 3 Taptime here unpaid capital within White goes as unfaid und die noch mehr wie so 30,50,ine verloren This is normally share capital company but so unpaid It was a perguntmask To doholer Share Capital company То whether I'm awarding Each App with Payup und hier ist ein Unpaidter. Alle Leute sind der Hustl in den Hustl. Alle sind der Hustl und die Hustl. Alle sind der Hustl. Die Hustl. So, hier ist die Hustl. Wie viele Leute sind? 80,000 Leute sind. Wir sind die Hustl. Wir sind die Hustl. Wir waren alle so viele Leute. Wir sind alle naläk Leute. WIJJAY Sar sagt, was in Chai mit mit? Was in Chai mit? Chai war ein Kallers? Was in Chai mit? Was in Chai mit? Was in Chai mit? Ich habe mich sehr gut gemacht. Ich habe das mit Leuten geklert. So, es ist 1.5,000,000. $ah ma! Schacht! und dann wird es 2,00,00. Dann wird es 20,50,00 unpaid, 1,00,00 unpaid. Schreiben wir nach dem Kommentaren und das jetzt kommt. Ich habe die Barschein dir einen Home цвет. Da sage ich eineige Frage genau. Ich habe die gerne ein kabel mit den Tomaten. Ich habe gesagt, wie viele Unpaid sind? Die Geschein als Unpaid ist, ich habe in einem Unpaid. Ich habe unter der Unlimited, ich habe in einem Namen. Dann size ich dir das. Ich habe dir diegülteste OK. Hier gibt es nichts mit daran, dass wir nicht lieber machen, dann kann ich nichts machen. Jetzt, was ich mache? Ich mache Assets Realize. Ich mache Assets Realize. Assets Realize, ich mache hier zwei Formen. First and Second Example. First Example and Second Example. First Example, ich mache Assets Realize und Liability. First Example, ich mache Assets. Ich mache Liability. Let's take an Example. 20, 50, 71. Liability ist meine 10,00,000. Und meine Assets Realize, First Example, meine Assets Realize, 9,00,000. Assets Realize, 9,00,000, First Example. Second Example, liability ist meine 10,00,000. Und meine Assets Realize, 6,00,000. und meine Assets Realize, 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 Hier, der Third Example, in den ersten Example, ich mache jetzt einen Share Capital wie 9, 10,000, und im zweiten Example, ich mache jetzt 6,000, 10,000. Hier ist die Share Capital-Example? Ich habe hier copy und corbe, hierher kommt ihr, hier kommt kein Problem, in den ersten Example, 9,000, hier kommt, 10,000, hier kommt, und in sextile Example, 6,000, hier kommt, 10,000, hier kommt, ich mache um dann weiterzukommen, weiter können wir sehen. Jetzt muss ich hier sehen, Net Unpaid Liability Net Unpaid Liability Hier ist 1,00,00, Hier ist 4,00,00, Hier ist 4,00,00, Hier ist 1,00, Hier ist 4,00, Hier sind 4,00, Hier wollte ich 1,00, Hier habe ich 7,00, gef grammatischen Z T95ex Sie müssen noch viel Verkmmens die Menschen nicht wunderschwecken man hat müsste Emp então ins jagать selbst Ich habe hier eine Trick gemacht, ich habe hier hier geschrieben, ich habe hier geschrieben, wie viel Geld paid up ist und wie viel unpaid ist. Hier in der Guarante-Kamppanien ist es nicht so, das ist alles unpaid ist. Ich habe hier gesagt, wie viel paid up ist, wie viel paid up ist und wie viel unpaid ist und wie viel unpaid ist. Und wie viel paid up ist, weil ich nicht mehr paid up ist. Ich habe hier gesagt, was viel Realized und wie viel library ist. Ich habe ein anderes Beispiel für diese. In der ersten Beispiel habe ich 9-10-Lak und in der zweiten Beispiel habe ich 6-10-Lak. In der Guarante-Kamppanien habe ich 9-10-Lak und in der Realize 2-Lak und 10-Lak. In der Share-Kapital-Unlimited habe ich 9-10-Lak. Ich habe hier einen Copy-Kappen. Hier habe ich 6-Lak, 10-Lak und hier habe ich auch ein Ausländer. doch das ich die das, der die amunpaye ist的 Jetzt muss ich die amunty unpaid jetzt Bei 1.7 anheuse 1,00, 64,000 and you will which amount of zusage weil bir krie dich i.e. 17,000 Y temps porque lasst le glock Ni 然後 lo ge so pay 5 $,000,000 Entonces, von que pay 1,700,000 y 20,000 Retik lagega, jismin se 50,000 farhan lagega, jismin se 1,00,000 abhel lagega, concept sammach me arraha, joh oopar unpaid ki amount hai, wohi mein ne niche lage di, aur yaha unpaid ki amount, yaha mein ne proportionately lage di because yaha pe 1,70,000 pei nhi karna hai, 1,70,000 pei nhi karna hai, yaha sirf 1,00,000 pei karna hai concept sammach me arraha, mein kia kera ho, ye chiz ko yaha rakhna ho, ab yaha pe bhi 1,00,000 pei karna hai, yaha pe bhi 1,00,000 pei karna hai abh yaha pe mein 1,00,000 kis tariqe se pei karunga toh yaha pe mein 1,00,000 guarantee company hai, toh mein unpaid amounts ke hisaab se pei karunga, unpaid joh hai, uske proportion me pei karunga, toh yaha pe 1,00,000 me kaisa pei karunga is column ke liye mein lekh ra ho 1,00,000 multiplied by 1,00,000 joh payment ka 1,00,000 hai, plus hritik ka share 1,00,000 divided by kitna 6,00, yaha 2,00,000 multiplied by 1,00,000 divided by 6,00, yaha 3,00,000 divided by 6,00,000 multiplied by 1,00, yaha is case yaha pei karunga, kis case me pei karunga yaha pei karunga, yaha pei karunga, yaha pei karunga total amount, guarantee company me total 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 he unpaid hai, toh us proportion mei mei lih diya, 1,00,000 hritik ka, 2,00, farhan ka, 3,00,000 abhai ka, yaha kitna pei karunga hai 8,00,000 second example mei 8,00,000 pay karunga hai, toh hum poora poora pei karunga yaha poora, is example ke liye, poora 1,00, 2,00, 3,00, hum poora pei karunga, yaha pei karunga Pugnel jah bei, kia perde, 4000 I guess a pain sack receiveandidat gaya pei karunga, lakksi ni take so that we can buy it, 1,00,000, 1,00,000 pi master, spending it on the dime, but your 8,00,000 is not made, we can totally pay on the dime, 6,00,000 chicos, wir wurden über 30,000,000 in diesem Fall. Okay wir sind 6,000,000 hier haben wir aber hier haben 8,000,000,000,000 aufnach. Dann müssen wir um das noch an den share capital company, wenn wir hier einない deaden, ist die hier Unlimited Company share capital, das ist das Unlimited Company share capital, dieses Unlimited Company share capital. Hier haben 1,00,000,000 Euro hier haben. Jahr 1,00,000 Euro die haben, wir haben diese これ haben bei demrangigen. In Amount of Proportion. In Amount of Proportion. Same equation hier wird. Same equation wird. 20 Rhetik, 20 divided by 1.7 multiplied by 1 Farhan ke liye 50 divided by 1.7 multiplied by 1 Abhay ke liye 1 lakh divided by 1.7 20 mitlebb 0.20 hai aur yhe 0.50 hai yhe galti mut karna sorry I'm my mistake 0.20 0.50 or 1 concept samaj me ha raha aur niche 1.7 multiplied by 1 concept samaj me ha raha yhe hum pekan he yhe 0.20 0.50 hai kya hum 1 lere raha na 1.7 lakhs lere raha yhe 0.50, 0.20, 20,000 aur 50,000 ke hesaap se ho ga raha eeg dam se answer mut nikaal na just wait ham iske calculation karayenge ab yaha jho 4 lakh pending hai yaha kitna pending hai 4 lakh company kawon se hai mujhe sabjan acha yaha tak jho bata ya ho samaj me ha aya kya batao mujhe ek bar kya yaha aisa lag raha ki yhe heavy hoonay ki chances hai to mujhe bata yhe yhe samaj me ha aya abhi tak jho may pehle 2 column boli woh samaj me ha aya kya ritiq ka 20,000 dena baqi tha yaha 1 lakh ka liability to proportionately 20,000 ka deega 50,000 baqi tha to 1 lakh ka liability proportionately 50,000 deega 1 lakh ka liability 1 lakh deena baqi hai to proportionately 1 lakh ka deega yhe samaj me ha aya kisi ko ismi dhikkat hai ka mujhe please bataiye chala baha 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 yhe samaj me ha aya baha 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 abh yaha peh mene unlimited me ye dhe diya abh aap dhekho unlimited isko may color change karma chauunga unlimited liability bachi hai 4 lakh ki parah aapko dhenen hai 1.7 yaha dhekko unpaid amount kitna hai 1.7 1 lakh 5,000 20,000 1.7 lakh siya aapko dhenen hai par liability kitna hai 4 lakh toh yaha may pure 4 lakh dhunga yaha may pure 4 lakh peh karunga konse proportion me may yaha peh 4 lakh peh karunga toh yaha peh 4 lakh is proportion me peh ni karunga yaha dhekna taklif yaha peh bhoot kathid hai yaha toh pahalye rittik 20 laye 20 k laye gah farhan 50 k laye gah or abh 1 lakh laye yaha toh pahalye yaha 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 share capital commit kia tha yaha pahalye laye plus is ke addition me abh 1.7 pay ho gaya 4 lakh 1.7 pay ho gaya 4 lakh minus 1.7 pay ho gaya bacha kitna 2.3 bacha toh abh 2.3 koh share capital proportion me divide karna hai 2.3 koh share capital proportion me divide karna 1 is 2 is 2 3 me divide karna hai toh yaha plus rithik kitna pay plus rithik kitna pay kare kare rithik pay 1 multiplied by 2.3 divided by 6 farhan kitna pay that is 2 multiplied by 2.3 divided by 6 plus pay kare gaya or abh kitna pay kare 3 multiplied by 2 3 divided by 6 is kitar mark karna aap kisibh cainter ke bach koo koo chlo ee calculation usko samaj me hi n hi y d jitna logically so jitna unpaid tha woh mene unpaid pay kare diya 20 50 1 kare unpaid tha yam kare kare diya diya pher bhe liability 2 3 kare pher bhe liability unpaid dhen bha bach hai to iam unpaid proportion me n iam 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 contribute capital contribution 1 2 2 3 joh original capital contribution ratio hai yam samaj me aya kia mjhe please bata yam kia bho severe star mark kare 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 important hai cia final ke bach chou koh bhi hardly kabhi samaj me aata hai cia final ke yae unlimited library case kabhi come please bata bhat ba bhat pucho ke bha bhat mh mh kya far he what last wala last yeah 1 4 lakh pay as per agreement BEC unlimited company share capital nicht so pay as per agreement ist mein share capital nicht hat kis baut ka payment, kaisen krengen, koji proportion nicht, so die beiden pay as per agreement, die agreement hoga, uske hesaap se pay kia jahega kia, ye concept itna bada aapko samaj me aya kia, samaj me aya liability limited liability clause, aise explain kia jata hai, aise explain kia, to woh clause hai, aise explain nahi kia, to aapko limited liability samaj me hi nahi aega, bakaida har ek chiz ko yaha peh taqat se clear karne ki košish ki hai, har ek chiz ko kia guarantee hoa to kia, share capital hoa to kia, unlimited me share capital hoa to kia, unlimited me without share capital hoa to kia, us mein bhi assets kam hai to kia, assets zahada hai to kia liability kam hai to kia, liability zahada hai to kia proportion of payments kia hoonge iska har jawaab tumhye isi charts ke ander mag jahega ek single chart saurur bata yaga, rahi baat isko likhne ki to samya kia hua hai 11.30 minit huye hai ek kama ki jiye ga abiske aaj screenshot nika liye ga aaj ka hoongar kiya hai ki aapko ye screenshot ko likhna hai, this is for share capital ye diagram hai share capital ye diagram hai share capital may chala jata hoo, baad me screenshot nika liye ga yaa aap kisi ko bhi pooch liye jahe, ye kisi cia inter comparison kisi jahe bhi kar liye jahe, itna khatrnaak chart aapko koi diya bhi nhi hooga ye concept yahe complete hoona chahiye, yehaan agar ye concept aapko samaj me nahi aaya na, baad me aap itti mitti khaoge, cia inter account me, liquidation accounting me, aur phir cia final pere to aap poochow hi mat, mere saamne aaya na hi mat, agar aapko ye naihi pata toho, clear concept? yehaa pahili bola dhe rao aapko, chalo screenshot nika liye, may side me ho jata ho, semaj me aaya, to please like thoki hai ga, ur batai ye ga comments me ye first screenshot hai, le le jiye thank you so much guys Contributories Contributories tab picture mein aate hai, jab unka koi liability unpaid ho ta hai kuldi, to philal contributories mein aap mat jau, contributories past shareholder ho ta hai, jen ke calls unpaid ho ta hai, philal mein uus ko assume naihi kar raha ho, toho hame nai chhoď diya, thank you so much, yeha screenshot ho gaya, to yeha screenshot bhi le le ji jiye Thank you so much guys Iska bhi screenshot le le jiye Guarantee ka Chalo bhoat bada ya Phir ye table ka aapko screenshot lena hai Thoada zoom out wa la area dikhata ho menei aapko Table ko ache se likhana, ek nye page ko upor likhana, job homework me likhou ge Unlimited liability anishka without shareholder Capital mei jitna liability hai, wou straight away pay kar dena hai proportionately as per agreement, that's all Baqi anishka aur us mei kuch karna hi nii hai, jitna liability end mei bacha hai, wou uđtha ke straight away pay kar dena hai as per agreement, joh agreement ho ga uske hesaab se Ye screenshot le le liya aapne Phir ye screenshot le le ji jiye Ye screenshot le liya aapne Phir ye baala le jiye I hope so, ki sab ko semajh mei aah raha ho ga, may kya 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 raha ho Or eek baar sirf ye table ko dhekke semajh mei aahe kya, ki aapko pura concept semajh mei aahe kya, eek minute mein rukh jatatahun chahi ye toh, pura table dhekke semajh jahe ga ki aapko ye semajh mei aahe ya naih aahe He, ki saba t嘛 yok, aahe kya kya Vielen Dank. 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 Perpetual Succession लिखा था क्या? मुझे एक बार बताईए. नहीं लिखा तो Perpetual Succession का भी ये निकाल लेजे screenshot. फिए हिसकाने ले हो ची लिखार जिए च ने ले लेना है, फिर अगया गार अगया आएगा. Das ist Transfer of Shares, das ist das, Transfer of Shares. Next, Separation of Ownership from Management. This is our clause, we are seeing this. In partnership, what is the difference? In partnership, there are partners, that is a member, that is a shareholder, that is a management, that is a employee, that is a worker, that is a peon. The company is a combination of three pillars, three pillars, investor, management, 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 management. An auditor, investor invests the money, which is used by management to run the business and checked by auditor. Auditor means, we are chartered accountant, whether business is being run properly or not. Thus the investor need to enter, thus, 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 sorry, headphone, I am very sorry, headphone, I am very sorry. I am very sorry. So, does the investor need to enter into day-to-day transaction of the company or the management of the company? I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry. How is it? I am very sorry. I am very sorry. I am very sorry. Let's go. The last thing is separate property. Like, in your personal name, TV fridge washing machine, Sony's house, UV is not a company name, Sony's house, children's diaper are not a company, but it is also property. When you see a job, you say that Tata's office. You say that the office is theta data. When you look at Infosys, you say that Infosys office. You don't say it's Narayanunchi building. When you look at Apple headquarters, you say that Apple headquarters is Apple. steve jobs ke nahi hai toh company ki khud ki property hoti company bol rhi hai, mein meri property nahi doongi jäise mein meri zhashi nahi doongi, viese property as a company is a separate legal entity it has to right to enter into a contract on its own das, abhi bhi johr se bool saktah, legin mein kam bula haa das company can purchase or sale a property on its own, do transaction on its own it's like company has entire separate range of assets and liabilities, company ka balance sheet alag company ka profit and loss alag yas hai last wala, iska bhi screenshot kechke rakhye or mujhe please bata ye, ki ya clauses bhi, chotate chotate easy clauses thay, ye bhi aapke samaj me aya ya nahi aya, go for it fast, ya aapke see ya foundation me bhi hoye hoonge, islai meinne thoday proper speed me nipta diya isko In diesem Fall, Ritika hat sich eine Digital Signature an. Ritika hat sich gefragt, dass die Unternehmen eine Kompetenz Optional ist. Wie ist ein Dokument? Mit Digital Signature an. Ein Tag, Digital Signature Certificate. DIC. DIC. Jetzt ist alles klar. Hier gibt es die Charakteristik von Unternehmen. Hier gibt es auch ein Screenshot. Die Separation of Ownership Management. Hier gibt es auch. Hier wurden die Tourist Place auf Ellers zu befassen. Gerade zur Sache. Done. Hier wurde Ihr Ar prettig. Characteristics of Companies. 1. 1. 1. 3. 4. 4. 5. common sale transfer of share separation of phone receipt from management and separate property idea clear है सबको क्या कह रहो बहुत बढ़ी याद चाल आज के लिए फिर इतना काफी करते हैं समय भी हो चुका है so आज के लिए इतना काफी करते हैं this is all for today I have a nice day good day god bless you take care this is the action correct signing off take care कोई दिक्कत हो तो comment में डाल देना करते हैं